ja ich grüße euch und zwar wollte ich mit euch den wochenplan schnell besprechen wir haben auf der dienstag sorry ich wollte es am sonntag schon veröffentlichen aber ja heute kommt pdb stream wahrscheinlich wenn es nicht so warm wäre das entscheidend im laufe des tages weil ich ja jetzt noch nicht weiß wie wann das wird wir haben gerade 629 und ja ihr könnt mitmachen dann wahrscheinlich ihr werdet das schon erfahren vorzeitig ob es der ab der stream kommt oder nicht ich werde auch eine stunde versetzt mindestens so weil von 19 bis 20 uhr bis ein anderer cater je nachdem mittwoch ist offen was kommt da kann auch gar nichts kommen donnerstag machen wir die abends machen wir für den stream ich habe geschaut diese woche soll es nicht so warm werden glaube ich da werde ich die experten uns vorstellen ich werde dann mit einer der ersten seien auf der pc-visionen die dann die vorstellen ich habe leider auch kein key von dtg bekommen also so um 19 oder so ich weiß nicht wann genau die dcs kommen breiter kommt normaler youtube stream da für mir irgendwas dbd oder csv oder simbre am wochenende da lasse ich beides offen quasi ich habe das jetzt zwar kein video und kein stream am sonntag gemacht aber der kann auch am samstag und sonntag kommen irgendwas vielleicht wer weiß mal schauen ja ich wollte es mit euch besprochen haben weil ich es auch besser finde und ja da ich zwei tage jetzt das ja steifen lassen habe ist das video besser um es zu erklären ich habe es gerade so aufgenommen weil ich mein hauptbildschirm gerade nebenbei ja auch von der xbox an habe ich hatte es gerade keinen bock um zu suchen und lasst mal einen kommentar, lasst ein like, ein abo da falls ihr neu seid und ja bis denn und ciao